Laufen und Radfahren stellen ein ideales Training dar, um die Ausdauer zu steigern. Während die Radfahrer auf ihren Rädern im Grundlagenausdauerbereich fahren, versuchen leistungsstarke Läufer mit den Radfahrern mitzuhalten. Achtung, Jacken ausziehen, die Jacken werden in die Rucksäcke eingepackt. Kurze Pausen geben den Sportlern die Möglichkeit, die überflüssige Kleidung abzulegen und Wasser zu tanken. Die sorgfältig ausgewählte Radstrecke, abseits von Hektik und Lärm, ohne Autoverkehr, macht das Radfahren zum Vergnügen. Super Markus, dranbleiben. Und fliegenden Wechsel. Ja, super Burschen. Aufpassen, genau. Kurze Zwischensprints, aber auch der schnelle Wechsel vom Laufen zum Radfahren werden geübt und sorgen dafür, dass das Training abwechslungsreich ist. Super. Im Laufen wird der Rucksackwechsel, erst wenn ich so. Der Wendepunkt der Radtour ist erreicht. Der Rückweg führt abseits von befestigten Straßen durch eine Flussklamm. Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Jedes Abenteuer hat seinen Preis. An unwegsamen Stellen müssen die Räder sogar getragen werden. Der Weg wird immer schmaler. Mit der Gewissheit, dass hier wahrscheinlich noch nie ein Radfahrer vorbeigekommen ist, bewegt sich die Gruppe in der Klamm und folgt dem Schluchtverlauf. Kleine Pannen, wie das Lösen der Kette vom Kettenblatt werden gemeinsam behoben und bestätigen die Wichtigkeit, kleine Reparaturen selbst durchführen zu können. Die Fahrt durchs Gelände ist ein einzigartiges Erlebnis. Kurze Klettersteige stellen eine Bewährungsprobe für das Abenteuer-Team dar und werden mit gegenseitiger Hilfestellung bravourös gemeistert. Mit müden Beinen, aber der Gewissheit, dass diese Radtour eine außergewöhnliche Mixtur aus Klettern, Radfahren, Laufen und querfeldeinwandern war, werden die letzten Meter zur Unterkunft zurückgelegt. Die Fahrt durchs Gelände Die Fahrt durchs Gelände Die Fahrt durchs Gelände